Herzlich Willkommen im Vegan Podcast. Heute natürlich wieder mit einer Special Episode und einer Special Gästin. Und zwar geht es heute darum, wie du abnehmen kannst, wie du vor allem Bauchfett loswerden und loslegen ablegen kannst, mehr oder weniger. Und was stille Entzündungen damit zu tun haben. Und es geht im letzten Teil dieser Serie auch darum, wie du praktisch, ganz praktisch leckere Rezepte, leckere Lebensmittel in deine Ernährung einbauen kannst, die diese stillen Entzündungen reduzieren und dein Bauchfett ebenfalls reduzieren. Und dafür haben wir keine geringere zu Gast als Dr. Regina Gratt. Sie stellt sich jetzt gleich selber vor, aber vorab, sie ist Expertin für Raw Food und Wissenschaftsjournalistin, hat das Immunity-Eating-System entwickelt und weiß natürlich ganz genau, wie man entzündungshemmende Ernährung in den Alltag integriert. Und jetzt höre ich auf zu reden und lasse ihr Knowledge und ihre wunderbare, inspirierende, freundliche und ganz, ganz tolle Art zum Vorschein kommen. Liebe Regina, schön, dass du da bist im Vegan Podcast. Erstmal, wie gut geht es dir? Danke, Christian. Es war ja eine herzliche Einleitung und Begrüßung. Ja, wenn ich dich so strahlen sehe und so strahlen höre, dann geht es mir natürlich blendend. Außerdem haben wir heute ja mein Lieblingsthema, also die stillen Entzündungen und was das mit Abnehmen zu tun hat. Und das liegt mir am Herzen, diese Botschaft weiterzutragen und den Menschen zu helfen, dass es leichter geht, die Punde zu verlieren und gleichzeitig gesünder zu leben. Ja, du selber machst es natürlich hervorragend vor. Wir sehen dich ja auch im Video, also für all diejenigen, die den Podcast nur hören, es gibt auch einen Videolink. Klickt da gerne in den Show Notes oder in der Beschreibung da drauf und dann seht ihr die Regina eben auch. Also sie sieht ja super fit aus, sieht sehr, sehr jung aus. Also das heißt, sie lebt das vor, was sie erzählt und das natürlich noch umso schöner, dass wir sie dann hierzu haben. Und ja, jetzt in diesem ersten Teil, wir untergliedern diese kleine Serie in drei Teilen, da geht es darum, mehr oder weniger, wie stille Entzündungen das Abnehmen bremsen können. Und dieses Entzündungsthema, das begleitet uns jetzt die nächsten Teile. Und da gehen wir erstmal so ein bisschen rein. Was sind denn stille Entzündungen für dich überhaupt? Und weshalb ist das so wenig bekannt bisher? Ja, das ist eine super spannende Frage. Es ist ganz praktisch so, wenn ich mit Kunden spreche, wenn ich mit Teilnehmern von unseren Immunity-Eating-Kurse spreche, dann höre ich oft, wenn ich sie frage, was ist dein Ziel? Ich will zehn Kilo abnehmen. Und erst im späteren Gespräch dann kommt, was alles so im Eigenen wirklich liegt. Also dass die Gelenke wehtun, dass man sich mit Müdigkeit durch den Tag kämpft, dass man viermal im Jahr Antibiotika nehmen muss, weil man so infektanfällig ist. Und dann sage ich immer gern, hey, du kannst beides haben. Du kannst eine stabilere Gesundheit bekommen, du kannst weniger Schmerzen haben und gleichzeitig abnehmen. Und es macht viel mehr Spaß, wenn du dich nur, oder nur in Anführungszeichen, um die Zifferlein kümmerst, anstatt ums Kalorien zählen. Und es ist für viele erst mal verblüffend zu hören, auch dass stille Entzündungen über Jahre und Jahrzehnte hinweg ihr Unwesen im Inneren treiben und anfangs eben nur mit diesen Zifferlein in Erscheinung treten, aber später dann, und diese Negativkaskade, die kann wirklich über Jahrzehnte gehen, mit Diabetes und im schlimmsten Fall mit Krebs und so weiter in Erscheinung treten. Und diese stillen Entzündungen, die muss man sich so vorstellen, also jeder kennt Entzündungen äußerlich auf der Haut. Es wird rot, wenn man eine Schnittwunde hat, es entzündet sich, es wird heiß. Und diese stillen Entzündungen, die finden auch im Inneren statt, im winzigsten Bereich auf Zellebene, aber wir spüren sie eben nicht. Tatsächlich sind es aber trotzdem sowas wie Wunden. Also das ist ein komplizierter Prozess, dieses Reparatur- und Schutzsystem. Aber am besten kann man sich vorstellen, was stille Entzündungen sind. Wenn man sich zurückerinnert an die Schulzeit, an den Chemieunterricht, da gibt es die freien Radikale. Das sind Moleküle, denen fehlt was und die gehen recht räuberisch durch den Körper und suchen so lange nach dem fehlenden Elektron, bis sie eines gefunden haben. Und diese Radikale, die sind ganz normale Stoffwechselprodukte. Und wir brauchen sie insbesondere auch, wenn es darum geht, Viren und Bakterien zu eliminieren. Aber das ganz Entscheidende ist, dass man sie in Schach halten muss. Und dafür brauchen wir viele Stoffe. Aber am bekanntesten und am wirksamsten sind eben die Antioxidantien. Und Antioxidantien, das ist das, was man vor allem in der bunten Pflanzenwelt findet. Und welche Mengen, das man dazu zuführen kann, um sich da in den sicheren Bereich zu bringen, das ist für manche erstaunlich. Und gleichermaßen erstaunlich ist das auch, wie leicht das es gehen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Nichtwissen um diese stillen Entzündungen, die da tagtäglich ablaufen und stärker werden, dass das auch einfach damit zusammenhängt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass so gut wie wir versorgt sind und so übergewichtig wie wir vielleicht sind, dass uns tatsächlich etwas fehlt. Und das große Aha-Erlebnis von unseren Teilnehmern ist immer, dass es nicht um die Makronährstoffe geht, also um die Kohlenhydrate, um die Fette und um die Proteine. Da wollen wir natürlich auch das Beste. Aber dass das, worum es wirklich geht und was uns so sehr fehlt, dass es die Mikronährstoffe sind und Antioxidantien gehören eben dazu. Super, also das sind zum Beispiel die Stoffe, die die Heidelbeere schwarz färben. Genau, ja, immer wenn wir in den bunten Bereich eintauchen, orange, gelb, eben blau oder fast schwarz, ja, dann können wir sicher sein, da sind die Vitamine. Vitamine sind Farben, also insofern, je bunter wir essen, umso besser geht es uns. Und es zeigt sich überall, also im Energielevel, im robuster Sein und im fitter Sein. Ja, das hast du schön gesagt. Und natürlich, je frischer du die Lebensmittel zu dir nimmst, desto wirksamer sind sie wahrscheinlich eben auch. Also klar, so ein Fertiggericht kann auch schön bunt daherkommen, vor allem die Fotos auf der Packung. Hat aber dann eben nichts damit zu tun, dass da eben diese Antioxidantien oder sekundären Pflanzenstoffe und so weiter drin sind. Also es geht letztlich immer darum, das unverarbeitete Lebensmittel so frisch wie möglich zu sich zu nehmen, oder? Ja, das ist natürlich das Ideal. Also deshalb arbeiten wir sehr viel mit dem Mixer und mit sehr kleineren, um eben nicht erhitzen zu müssen. Also man kann alles erhitzen und warm essen, was wir lehren. Aber den größten Vorteil ziehen wir natürlich daraus, wenn wir kalt verarbeiten. Weil zu den Schutz- und Reparaturnährstoffen gehören natürlich auch die Enzyme und insbesondere die sind hitzeempfindlich, wie auch viele Vitamine. Und was nützt es, wenn wir die schönste Bio-Paprika für teures Geld kaufen, wenn wir sie dann in der Pfanne sozusagen ihrer Nährstoffe oder ihrer Mikronährstoffe erstmal berauben. Also es geht darum, das Optimale rauszuholen aus den besten Lebensmitteln, um so eben für diesen Ausgleich zu sorgen. Also dass die freien Radikale ein Äquivalent finden zu den Antioxidantien. Und stille Entzündungen, sagst du, entstehen ja ständig. Auf Zellebene, einfach auch durch die Reparierungsmechanismen. Also es ist nicht so, dass ich die jetzt vermeiden könnte, sondern sie entstehen ja, das einfachste Beispiel, was vielleicht jeder kennt, ist ja eben, wenn der Muskel zum Beispiel eben auch verletzt wird durch intensives Training, dann entsteht ja letztlich eben auch eine Entzündung oder eine Verletzung, die dann natürlich wiederum gepflegt werden muss und dann auch stärker gepflegt werden muss. Dadurch wächst der Muskel und so können wir uns das vorstellen, dass auch dann unser Immunsystem stärker wird, wenn wir Entzündungen in den Griff bekommen. Und das Immunsystem braucht eben dazu, wie das Auto spritt. Und das sind in der Form eben vor allem die lebendigen Lebensmittel. Genau. Gibt es noch andere Möglichkeiten, Entzündungen zu reduzieren? Also natürlich vielleicht auch die Ursachen wegzulassen. Also wenn ich weiß, ich bin gegen das und das allergisch oder ich habe selbst, also Entzündungen aus meiner Sicht sind ja meistens innere Wut oder Enttäuschung und so weiter. Also ich denke, dass viele Entzündungen jetzt nicht nur durch Allergien oder Lebensmittel so weiter entstehen, sondern vor allem auch über Dramen in der Seele wahrscheinlich. Ja, absolut. Also alles, was uns entspannter werden lässt, was uns tiefer atmen lässt, was uns mit weniger Stress durch die Gegend gehen lässt, das alles hilft uns tatsächlich in Balance zu kommen und diese freien Radikale zu reduzieren. Ja, also Essen ist ein Teil, aber vielleicht der, den man auch am besten steuern kann. Schließlich will jeder von uns mehrmals am Tag essen und jedes Mal kann ich eine Entscheidung fällen, die besser oder schlechter ist und da habe ich sozusagen materiell fassbar. Natürlich, wenn ich meditiere, tue ich extrem viel für mich. Wenn ich Yoga mache, tue ich sehr viel für mich. Würde Fasten auch gehen? Also Fasten jetzt in Form von Trockenfasten oder Wasserfasten? Ja. Also da werden ja auch dann quasi die Reparierungsmechanismen des Körpers dann aktiviert. Genau, ja. Sehr gut. Also halten wir fest, dass stille Entzündungen ständig da sind und wenig bekannt sind leider. Aber wir natürlich sehr oft versuchen, beispielsweise wenn wir abnehmen wollen, wenn wir gesund werden wollen, wenn wir irgendwie fitter sein wollen, weniger müde sein wollen und so weiter, dann schauen wir eben eher auf Dinge, die wir schon mal vielleicht gehört haben und weniger auf, was passiert in unserem Körper in Form von stillen Entzündungen. Denn die sehen wir nicht, die hören wir nicht, die können wir einfach nicht wahrnehmen, sind aber ständig da und werden eben auch über Lebensmittel, die sehr antioxidantienreich sind, können stille Entzündungen beheben und helfen dabei, unser Immunsystem zu stärken und eben auch diese ganze Thematik rundum, ich nehme mal den Stress aus meinem Leben raus, ich schaue hinter die wahren Ursachen, was mich nicht gut fühlen lässt, also ich gucke die Seele an und Fasten zum Beispiel, also dass ich eben auch weniger in meinen Körper mal lasse, dass ich dem Körper mal Zeit gebe, eben auch zu regenerieren. Das kann ja auch ein Kurzzeitfasten sein und letztlich geht es auch darum, wenn wir über die Lebensmittel sprechen und da gehen wir jetzt dann auch im zweiten Teil noch näher darauf ein und im dritten Teil vor allem geht es eben auch darum, dass wir die kalt verarbeiten, um eben die Nährstoffe da zu lassen. Ja, ich wollte noch ergänzen, das Tolle ist, dass wenn wir uns ausrichten eben auf diese entzündungshemmenden Lebensmittel und müssen wir eben die Kalorien nicht mehr im Blick behalten. Wenn wir versuchen, uns damit optimal zu ernähren und die in den Fokus rücken, dann haben wir meistens schon so viel Gesundes gegessen, dass wir berechtigte Hoffnung haben, dass das weniger Gesunde auf unserem Speiseplan immer kleiner wird, dass es sozusagen hinten runterfällt. Und noch ein wichtiger Faktor, je frischer ich mich ernähre und je mehr ich mich bunt ernähre aus der Pflanzenwelt, umso mehr erwacht auch meine Intuition. Umso cleaner läuft der Stoffwechsel ab, umso schneller bin ich an dem Punkt, wo ich weniger Gesundheitsförderliches jetzt noch ganz aufessen muss. Vielleicht reicht eine halbe Pizza, weil man einfach spürt, was es wirklich für einen Unterschied macht. Ob man frisch unterwegs ist und mit sehr viel Zellsaft und sehr gut hydriert oder eben nicht. Also die Intuition erwacht und auch das befördert einen. Deshalb diese Strategie, guck nach den Mikronährstoffen, versuch die hochzufahren und alles andere wird sich voll selbst ergeben. Ja mega, also dann gehen wir doch frisch und gut gelaunt in die nächste Episode. Vorab vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, es gibt in den Show Notes auch einen Link, wo ihr euch nochmal ein paar kostenlose Ressourcen holen könnt. Also es gibt ein Beitrags-PDF mit einer super Nährstoff-Checkliste und auch schon Rezepte drin. Also ihr solltet auch was davon haben, dass ihr diese Episode bis zum Schluss angehört habt. Und ja, dann kannst du natürlich gerne wieder in die nächste Episode einschalten oder wenn du hier im Video bleibst, dann geht es jetzt direkt weiter, warum viscerales Bauchfett nicht nur ein kosmetisches Problem ist und wie du es gezielt los wirst. Also genau dieses blöde Fett, was wir überall hassen, rund um den Bauch. Darum geht es jetzt in der nächsten Episode. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli und natürlich so bunt wie möglich, haben wir jetzt ja gelernt. In diesem Sinne deine Regina und dein Christian. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.